Der Weihnachtsmann hat mir 10 4 Glückslose mit einem Spitzengewinn bis zu 20.000 Euro geschenkt, des weiteren 5 X-Mesvegas Lose und 2 100.000 Euro Cashlose. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir da rausholen können. Ich fange mal mit den 4 Glücklosen an. Schauen wir mal. Ja, 1 Euro könnten es werden und direkt das erste Los hat 1 Euro gebracht. Mal sehen, ob es mit Gewinnen weitergeht. 1 Euro. Ja, und noch 1 Euro. Und schon wieder 1 Euro gewonnen. Das könnte auch ruhig mal ein bisschen mehr drin sein. 1.000 Euro. Ja, und wieder 1 Euro. 3 Euro hintereinander. So, jetzt aber mal ein bisschen mehr. 1 Euro. 100. 1 Euro. Ja, und noch 1 Euro. 4 Gewinne in Folge. So, jetzt aber. 2 Euro. 2 Euro. Und... Ja. Das war nichts. Aber wir haben ja noch ein paar. 4 Euro. 100. Leider nichts. 4 Euro. 4 Euro. 1.000. Und wieder nichts. Schade. Der nächste. 1 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. Und wieder ein Gewinn. 2 Euro. So, 2 haben wir noch. 100. 1 Euro. Und noch 1 Euro. 2 Euro. Wieder ein Gewinn. So, dann machen wir jetzt mit den 5 X-Mess-Vegas-Losen weiter. Und schauen, ob wir da auch Glück haben. So, zuerst das Gewinn-Symbol. Eine Weihnachtsmütze. Das war nichts. Wären 4 Euro geworden. Ein Geschenk. Auch nichts. Und... 1 Stern. Ja. Gut. Haben wir hier unten noch eine Chance. Ja. Dem Los war leider kein Gewinn dabei. Der nächste. Gewinn-Symbol. Eine Zuckerstange. und leider nichts gewonnen. Und auch da haben wir nichts gewonnen. So, der nächste, das Glückssymbol, Tannenbaum, Zuckerstange, Stern und Eiskristall. Leider nichts gewonnen. Glocke und sieben. Leider nichts gewonnen. Der nächste, das Gewinnsymbol ist der Stern. Tannenbaum, Glocke, Eiskristall. Leider nichts gewonnen. Ja, das könnten jetzt 1000 Euro werden. Leider nicht. Nächster Gewinnsymbol, die Glocke. Tja, und da haben wir 2 Euro gewonnen. Schauen wir mal, ob noch ein bisschen mehr drin ist in dem Los. Leider nicht, aber immerhin schon 2 Euro. Kirsche, Kirsche und es können nochmal 2 Euro werden. Ja, wer sagt's denn? Doppelgewinn auf dem Los. 2 Euro oben und auch 2 Euro im zweiten Spiel. So, bleiben noch die beiden 100.000 Euro Cash lose. So, machen wir weiter. Ja, erst einmal die Gewinnzahlen. 18, 16, 7, ja leider können wir den Gewinn nicht verdoppeln. Schauen wir mal, ob wir überhaupt was drin haben. 23, leider nicht. 9, leider nicht. 1, haben wir auch nicht. 3, haben wir auch nicht. Wären 40 Euro geworden. 24, haben wir auch nicht. 14, 14, auch nicht. 25, 25, wären die 100.000 Euro geworden. Haben wir leider nicht. 10, haben wir auch nicht. So, jetzt wird's spannend. Nicht mehr viel da. 4, leider auch nicht. 2 Felder noch. 22, haben wir auch nicht. Die 6, ja. Die 7 haben wir. 4, somit haben wir in dem Los leider nichts gewonnen. So, das letzte Los. Nochmal die Chance auf 100.000 Euro. Gewinnzahl. 16, 18, und die 13, und die Sonne. 21, haben wir leider nicht. 25, haben wir leider nicht. 21, die 7. Die 7, ja. Gerade haben wir sie gebraucht. Jetzt kommt sie. Hätten 400 Euro gebracht. 5, haben wir auch leider nicht. 20, 1000 Euro. 20, haben wir auch nicht. Wieder 1000 Euro. 10, haben wir auch nicht. 19, wieder einen daneben. 20, aber auch leider nichts gewonnen. Wären 40 Euro geworden. Die 9, 200 Euro gegeben. So, ein Feld haben wir noch. Die 8, leider nicht. 2, auch nicht. Da sind die 100.000 Euro. Leider nicht gewonnen. 4, und die 23, haben wir auch nicht. Und damit erweist sich das Los auch als eine Niete. So, wir haben jeweils 2 Euro gewonnen. 5, sind 4 Euro. 1 Euro sind 5 Euro. 2 Euro sind 7 Euro. 1 Euro sind 8 Euro. Noch ein Euro sind 9 Euro. 10 Euro. Und 11 Euro haben wir gewonnen. Immerhin. ein paar Gewinde dabei. Schauen wir mal, ob ich nächstes Mal mehr Glück habe. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und schöne Feiertage. 10 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020